Hallo und herzlich willkommen zum Übungsvideo zum Thema Bruchrechnen mit Variablen. Wir werden in diesem Video zwei Beispiele durchnehmen. Dabei rechnen wir gemeinsam. Das heißt, du brauchst unbedingt Stift und Papier zum Mitrechnen und ich werde dich zwischendurch immer wieder nach Teilergebnissen fragen. Los geht's! Folgenden Term wollen wir so weit wie möglich vereinfachen. Klammer auf a minus 2 halbe minus a minus 2 durch a plus 2 Klammer zu mal 2 durch a minus 2 ist gleich. Wir bringen die Brüche in der Klammer auf gemeinsamen Nenner, nämlich 2 mal Klammer auf a plus 2 Klammer zu und schreiben die Subtraktion gleich auf einen Bruchstrich. Um auf den gemeinsamen Nenner zu kommen, erweitern wir den Bruch a minus 2 durch 2 mit dem Faktor a plus 2 und erhalten a minus 2 in Klammer mal a plus 2 in Klammer. Den Bruch a minus 2 durch a plus 2 erweitern wir mit 2 und erhalten dadurch minus 2 mal Klammer a minus 2. Den restlichen Term schreiben wir ab. Um weiterzukommen haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel alle Klammern ausmultiplizieren und danach zusammenfassen. Dazu würden wir als erstes die binomische Formel a minus 2 in Klammer mal a plus 2 in Klammer ausrechnen. Dieses Ergebnis weißt du bestimmt, oder? Genau, das ergibt a zum Quadrat minus 4. Die Variante des Ausrechnens finde ich aber ehrlich gesagt nicht so spannend. Ich kürze viel lieber. Welchen Term können wir hier herausheben, um ihn danach zu kürzen? Wir heben a minus 2 in Klammer heraus. Wenn wir das tun, bleibt in eckiger Klammer a plus 2 minus 2 stehen. Zur Kontrolle kannst du die Klammern ausmultiplizieren. Wir vervollständigen den Term wieder, indem wir von oben abschreiben. Kürze sinnvoll bevor du multiplizierst und fasse danach zusammen. Ich warte auf dein Ergebnis, bevor ich dir meine Version zeige. Ich kürze die Faktoren 2 und a minus 2 in Klammer. Somit muss ich nicht mehr multiplizieren und erhalte a plus 2 minus 2 durch a plus 2. Zusammengefasst ergibt das a durch a plus 2. Als nächstes vereinfachen wir folgenden Doppelbruch. x plus 2 durch 1 minus y durch 1 minus y durch x plus 2 ist gleich. Da ein Bruchstrich nichts anderes als eine Division bedeutet, schreiben wir den Doppelbruch in eine Division von Brüchen um. Wir erhalten x plus 2 durch 1 minus y dividiert durch 1 minus y durch x plus 2. Die Division schreiben wir als Multiplikation mit dem Kehrwert, was x plus 2 durch 1 minus y mal x plus 2 durch 1 minus y ergibt. Ausmultipliziert erhalten wir x plus 2 mal x plus 2 jeweils in Klammer durch 1 minus y mal 1 minus y auch jeweils in Klammer. Aus dieser Multiplikation können wir eine praktische Vorgehensweise für Doppelbrüche ableiten, die du vielleicht schon kennst. Zähler mal Zähler entspricht Außenglied mal Außenglied unseres Doppelbruchs und Nenner mal Nenner entspricht Innenglied mal Innenglied. Wir fassen Zähler und Nenner zusammen und erhalten Klammer auf x plus 2 Klammer zu zum Quadrat durch Klammer auf 1 minus y Klammer zu zum Quadrat. Wie du sicher schon erkannt hast, handelt es sich hier um binomische Formeln. Diese ergeben ausgerechnet und nach höchster Potenz geordnet x² plus 4x plus 4 durch y² minus 2y plus 1. Wir sehen uns bei der nächsten Lektion.